Der Januar Wenn an Hängen und auf Hügeln Schlitten mit den Kufen bügeln, Auf den Teichen oder Seen Schlittschuhläufer Runden drehen, Wenn bei schnellen Schneeballschlachten, bei den Harten und den Sachten, Alt und Jung mit viel Vergnügen, sich nur so zum Spaß bekriegen, Wenn beim Rutschen und beim Rodeln sogar die Ostriesen jodeln, Und fromm, fröhlich, frei beim Ski, auch der Heide beugt das Knie, Dann nennt man dies Januar. Kinter, der ist wunderbar!